Moin, Genius Panda. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Hier, eine riesige Höhle, Leute. Ich weiß nicht, was aus der wird, aber theoretisch könnte man ja da so so eine Bar einrichten. Hier Kekseg muss ich eine Bar bauen. Dann treffen wir uns alle und trinken jeden Tag hier ein. In der Höhle. In der Steintropfhöhle. Tropfsteinhöhle. I don't know where we're going to. Genius Panda. Merße dir auch für dein Follow. Hab auch du Spaß. Genieß die Show und eine liebe Grüße aus München. Eine liebe. Liebe Grüße aus München schicke ich hier direkt nach Hause. Einfach so. Ganz frech. Handelsstadt, ja. Das wird auch interessant hier. Bei der anderen Map haben wir dann ein Schloss, was wir als Bar nehmen. Muss ich auch noch umbauen. Das war schön, die Höhle hier. Echt krass. Jo, passt so weit, so gut. Wieder hier einmal Halle an der Map testen und bis jetzt schaut es gut aus. Bin heute auf einen anderen Server gezogen. Nächste, nächste Tag ist hier noch ein paar Tests an. Wenn alles klappt, dann können wir, können sie auch drauf, wenn ihr Bock habt. Das ist ein cooler Spruch, ja. So, hier gibt es auch einige. Ne, das sind schon steinige. Das sind keine Eier. Doch, das sind alles. Oh, never. Sind alle böse auf mich. Alle ganz böse auf mich. Alle durchdringen jetzt hier. Alle durchdringen hier. Schlitzi, Christi, moin moin. Ja, ist halt momentan echt verwirrend mit der Uhrzeit. Entweder ich schaffe es hier vormittags vor der Arbeit oder ich schaffe es halt nachts nach der Arbeit. Und da ich jetzt eigentlich nachts nicht pennen konnte, weil ich sechs Stunden damit Zeit verbracht habe, irgendwelche Files zu kopieren und Mods und Maps von Server zu Server und dann die ganzen Sachen einzurichten, weil beide Server umgezogen sind. Schau, schau, wie der Pendatron. Schau, schau an mir an. Weißt du, sonst immer so brav, aber nur für jetzt so ein Scheiß-Eide habe hier. Was ist denn für einen hier überhaupt? Was ist für ein Level? Das würde mich echt ärgern. Guck mir an. Wie er durchdringt hier, der Verrückte. Als ob der mir irgendwas anhaben könnte. Mach das. Schau dir an, der Verrückte. Ich kriege ihn ja auch nicht. Aber der verfolgt uns ja sowieso. Ewig. Guck mal hier. Dramatische Musik. Weil ein brutaler Pendatron enttäuscht. Der ist so böse. Doch, er ist noch da. Schau. So, ich glaube, ich muss da mal hier kurz weg, Kleine, oder? Echt? Wilder-Ton-Rip? Du Scheiße, warum denn? Bei allen, oder was? Ich sehe noch was. Auch bei Hit oder nur bei Twitch? Ja, das mit dem Delay ist halt so eine Sache, Kleine. Keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich mache. Ich habe es ja versprochen. Also, wenn ich irgendwann halb zehn da bin, dann esse ich das. Aber wie du gemerkt hast, kann ich ja fies sein. Mach das vielleicht doch nicht. Was haben wir denn? 9.30 Uhr und... Ja, na gut, machen wir das. Habe ich ja versprochen. Moment. Lass mich mal hier landen irgendwo. So. Hier, ich habe es ja vorbereitet. Ich habe mir einen Teller geholt, dass ich nicht so brösel halt. So, versprochen ist versprochen. Bin ja nicht so morgens halb zehn in Deutschland ist es ja noch. 9.30 Uhr bei mir. Dann mache ich das Knoppers auf. So. Ich kann auch reinbeißen in den nächsten zehn Sekunden. Ja, ich muss nur das Mikrofon beiseite schieben hier. Jetzt kann ich da nicht essen. Mhm. Was mache ich jetzt, wenn es nach halb zehn ist? Er sieht es anders an das Stück morgen, oder wie? Wisst man das dann am nächsten Tag? Und wie machen wir das? Aber klar. Diese scheiß Dinger bröseln ohne Ende. Die Knoppers. Wenn ich schon ein Chaot bin im Spiel, kann ich auch... Bin ich halt in echt vornehmen. Ich habe es mir ja vorgenommen, das zu essen. So, wo können wir noch hin? Ich hoffe, die patchen diese dummen Bäume immer endlich weg. Die gefallen mir nicht. So, kalte Kohle habe ich mir auch geholt. Passt am besten. Meinst du, schmeckt er noch nach halb zehn? Ich weiß ja nicht. Oh, stimmt. Fritz, ja, das ist natürlich... Stimmt, habe ich verpeilt. Also, der Rest wegschmeißen, oder was? Nur hast du nicht zu viel versprochen. Ist krass. Ist saumäßig krank hier. Aber da ich auch noch mit euch kratschen möchte, habe ich ja nicht das ganze in den Mund genommen. Wir schauten durch kleine Schneegebiete aus im ganzen Westen. Schauen wir uns das auch mal an. Wie, irgendwas ist gestorben hier, hä? So, ich musste jetzt ein knappes Essen um halb zehn morgens in Deutschland, habe ich versprochen vor einigen Wochen. Konnte ich erst jetzt halten. Hast du verwechselt? Das Luxusproblem kenne ich hin schon. Dann Nacht on Dragon. Nacht die... Danke dir. So, nach was trinken kann ich nachher wieder nochmal reden jetzt. Hey, Butago, grüß dich. Stimmt, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Stimmt, das wird wohl der Grund sein hier. Du hast dich gegen Knoppers verschworen und Twitch hat dich gegen dich verschworen. So, das nächste Schneegebiet hier. Ich hoffe, das macht er noch voller Schnee. Weil ich nur echt schaue das halt mit wirklich vollem Schnee aus. Echt? Okay. Das ist komisch. Hier muss doch irgendwo noch ein See sein, habe ich gesehen. Wir werden nachher vielleicht auch noch ein paar Tiere erzählen. Ich bin jetzt nur ein bisschen rumfliegen hier. Nach zu Hause ein bisschen weiter bauen. Ja, und halt noch andere Schweinereien. Mal gucken, was alles noch so kommt. Ne, das sind keine Schneebäume. Aber schau hier, die Felsen sind voller Schnee. Auch die, 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 ähm... Das ist das Metall. Hier ist der Fluss. Oder See, was auch immer hier ist. Ich finde es schön gemacht. Ach, der hat wirklich immer auf den Bergen so Flüsse da sehen. Fehlt nur noch, dass hier wieder in der Höhle ist. Dass ich wieder unter dem Berg kann. Das ist echt hübsch. So was ist echt hübsch. Sehr, sehr viel. Krass. Müssen wir uns mal anschauen hier. Oh. Der kann. Schau mal, der ist Boss, der, der Vogel. Der kann das hier. Schau euch das mal an. Dieses Panorama. Hier muss man kurz umbringen. Interface aus. Krass. Das ist doch hübsch hier. Wow. Das ist nice. Was haltet ihr von, von der, von dem Ausblick hier? Was haltet ihr von dem Ausblick? Ja, ist er nicht im BG. Wenn du BG slash AFK machst, fliegst du gleich raus. Und hast du jetzt hört, die Buff. Was ist das mit dem? Echt hübsch, ja. Ja, so einige, gell? Ist cool. Schauen wir mal, was da drüben ist. Auf der anderen Seite. Nee, passt. Aber. Ich wohne ja in so einem Wasserfall. Also jetzt nicht in den ganz vielen Wasserfall, Wasser, Wasserfälle, Mehrzahl. Ich wohne ja in so einem Wasserfall, in so einer Höhle. Hey, schaut euch das an. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Krokodile. Was haben wir denn für ein Level? Für Sieger? Achso, ich habe Interface aus. Ich depp. 16. Jetzt haben wir jetzt 16. Ja. Ist schön hier. Müssen noch viel zählen. Wir haben ja kaum was. Wir haben ja kaum was. Gibt es noch irgendwas cooles zu entdecken? Schauen wir mal auf der Karte. Also hier ist es echt interessant. Bin ja gespannt, wo die Leute bauen. Denn ich, wenn ihr dann da auch auf den Server kommt. Unten rechts, die hier. Wollten wir eigentlich zur Admin-Insel machen da. Müssen wir es nochmal anschauen. Es gibt doch so kleine hier. Kleine Insel für Leute, die man nicht mag. Da kann man so ein Asyl hin machen. Asyl, äh. Nicht Asyl. Ähm. Wie heißt das? Ach Gott, Amerika. Wo man hinschwimmen muss. Gefängnis. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, ich mach das immer wieder zwischendurch. Aber nur. Exil. Äh. Quantanamo Bay. Oder wie heißt das Ding? Ja, ja. Exil schon. Ja, ja. Gefängnis halt. Ist doch Quantanamo, oder? Ist das doch. Ich mach immer wieder Bilder, aber nur, nur so. Ja, ich bin ja eh viel rumgeflogen. Hab ja auch so Bilder gemacht. Hey, Deluxe. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hey, danke dir für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so. Ganz frech. Was wollte ich machen eigentlich hier? Ich wollte doch noch. Oh, es bringt ja mal an der Map. Okay. Alcatraz. Stimmt, das ist ja... Das war Alcatraz. Krass. Alcatraz nicht bei The Rock. Einer der coolsten Filme. Alcatraz, ja. Und wie heißt... Wie heißt es da bei... Ist es nicht auch bei New York? Kommt dann nochmal... Irgendwo eins hier. Kommt dann nochmal Bay. Never Bay ist abgestellten. Zugesprachen.